Kevin Kostner muss nach einer Richterentscheidung wesentlich mehr Unterhalt an seine Nochfrau für die drei Kinder überweisen. Kevin Kostner, 68, muss nach einer vorläufigen Richterentscheidung an seine Noch-Ehefrau Christine Baumgartner, 49, monatlich knapp 130.000 US-Dollar, ca. 118.000 Euro, Unterhalt für die drei gemeinsamen Kinder zahlen. Das berichtet Fox News und beruft sich auf vorliegende Gerichtsdokumente. Kostner muss mehr als das Doppelte zahlen. Demnach entschied Richter Thomas Anderle am Dienstag, 11. Juli, dass der Yellowstone-Star seiner Ex-Partnerin 129.755 US-Dollar pro Monat zahlen muss, um die Kinder zu unterstützen. Damit muss Kostner nun tiefer in die Tasche greifen. Bisher zahlte er 51.940 US-Dollar pro Monat, ca. 47.000 Euro. Seine Anwälte nannten dies vor Gericht einen angemessenen Unterhaltsbetrag. Baumgartner hatte jedoch 249.000 Dollar, ca. 225.000 Euro, gefordert. Die Zahlungen sollen am 1. eines jeden Monats erfolgen, wie aus den Gerichtsdokumenten hervorgehen soll. Darüber hinaus ordnete der Richter an, dass der Schauspieler 300.000 US-Dollar, ca. 271.000 Euro, für Anwalts- und Verfahrenskosten an seine noch Frau zahlen muss. Zudem sollen sich beide Ex-Partner die Kosten für Gesundheit, Sport und außerschulische Aktivitäten der Kinder teilen. Baumgartner muss bis 31. Juli ausziehen. Bereits in der vergangenen Woche war laut TMZ vom Gericht entschieden worden, dass Baumgartner das Familienanwesen in Kalifornien bis Ende Juli verlassen muss. Damit folgte es Bedingungen aus dem Ehevertrag. Die Handtaschen-Designerin wollte erst später ausziehen. Ihre Anwälte argumentierten, dass sie bis Ende des Monats weder Zeit noch Geld habe, um eine andere Wohnung zu finden. Wie Fox News berichtet, reichte Baumgartner die Scheidung am 1. Mai wegen unüberbrückbarer Differenzen ein. Als Datum der Trennung sei in den Dokumenten der 11. April 2023 angegeben. Das Paar heiratete 2004 und hat die Kinder Caden, 16, Hayes, 14, und Grace, 13. Beide beantragten das gemeinsame Sorgerecht. Dennoch könnte es noch viele Streitpunkte geben. Ein wichtiger Punkt ist der Ehevertrag. Im November soll das Gericht darüber entscheiden, ob er gültig ist. Beide beantragten das Ehevertrag. Untertitelung des ZDF, 2020